Im letzten Video ging es um die Transkription. Jetzt soll es um die posttranskriptionale Modifikation gehen. Das heißt, was passiert vor bzw. während der Transkription der sogenannten Prä-RNA. Und diesen Prozess schauen wir uns an, was passiert bei Eukaryoten, da diese durch die Struktur des Zellkerns einige Besonderheiten haben. Es gibt drei verschiedene Grundmodifikationen. Einmal das 5-Strich-Capping, das Spleißen und die Polyadenilierung. Schauen wir uns zuerst das 5-Strich-Capping an. Hier noch einmal kurz die Transkription in Erinnerung rufen. Wir haben hier oben die DNA mit ihrem Template-Strang, wo die RNA-Polymerase die RNA synthetisiert. Das 5-Strich-Ende ist hier unten. Ein Zytidin, wie das hier dargestellt ist, sieht so aus. Zytidin ist das Nukleosid, mit der Phosphatgruppe ist es das Nukleotid. Wer die Vokabeln nicht kann, unbedingt noch einmal die RNA-Bausteine sich ansehen. Jetzt mal angenommen, hier würden zwei Zytidin-Reste hintereinander hängen. So sieht dann unsere Struktur aus. Das 5-Strich-Capping passiert dann so, dass eine 5-Strich-5-Stich-Triphosphatbindung zu einem 7-Methylguanosin gebildet wird. Ein Guanosin, das ist hier unsere Base. Methylguanosin, das heißt hier haben wir eine Methylgruppe an der siebten Stelle des Purins. Und dieses wird eben über diese Triphosphatbindung angefügt. Und über 5-Strich-5-Strich. Das ist eigentlich eine Besonderheit. Ich habe ja auch in vorherigen Videos gesagt, dass eigentlich nur von 5-Strich zu 3-Strich Nukleotide aneinander gehangen werden können und immer nur vom 3-Strich-Ende oder meistens nur vom 3-Strich-Ende. Dies hier ist die goldene Ausnahme dazu. Zu dieser Regel am 5-Strich-Ende kann oder wird bei Eukaryoten ein Capping eingeführt mit einem 7-Methylguanosin. Eben ein spezielles Nukleotid. Warum wird das gemacht? Zum einen, damit die RNA nicht abgebaut wird. Wenn einfach irgendwelche Nukleotide oder unbekannte Nukleinsäuren und RNA- und DNA-Fragmente im Zellkern herumschwimmen würden, dann könnten die beispielsweise Viren gehören oder sie könnten Krebs auslösen. Das heißt, diese müssen abgebaut werden. Diese werden als schädlich erkannt, wenn diese nicht irgendwie markiert sind. Und das ist beispielsweise eine der Varianten, wie RNA markiert wird, damit sie nicht abgebaut wird. Zum anderen ist es ein Transportsignal der mRNA, damit diese durch die Kernporen nach draußen gelangen, zu den Ribosomen, um dann translatiert zu werden. Das heißt, hier haben wir auch etwas sehr Wichtiges, wo wir auch sehen, dass es hier sich um Eukaryoten oder um eine eukaryotische Modifikation handelt, weil Prokaryoten ja keinen Kern haben. Und dann sind wir bei der Translation schon, was dann im nächsten Video kommen wird. Und dann sehen wir auch, dass dieses 7-Methylguanosin auch als Signal für die Initiation der Translation dienen kann. Das heißt, wir sind jetzt mit dem 5-Strich-Capping fertig und gehen über zum Spleißen. Das Spleißen bezieht sich meistens auf die mRNA in der Literatur. Warum? Weil es hier um Exons und Introns geht. Und Exons versteht man als Protein-codierend. Das heißt, das, was abgelesen wird. Das heißt nicht, dass im Einzelfall Spleißen sich nicht unbedingt nur auf mRNA beziehen muss, aber meistens tut es das eben. Es geht beim Spleißen nicht nur um das Entfernen der Introns, sondern auch um ein Verkleben der Exons. Häufig findet man das in der Literatur, dass nur vom Entfernen der Introns gesprochen wird. Fangen wir an. Es gibt den Prozess des Self-Splicings, oder auch autokatalytisches Spleißen genannt. Das finden wir in Ciliaten, Mitochondrien und Bakterien, also schon sehr, sehr ursprünglich. Und das, was dann entsteht als Struktur, nennt man Ribozym. Das kommt von Enzym und von Ribonukleinsäure. Das heißt von der RNA. Es geht, wenn wir darüber nachdenken, Self-Splicing. Die RNA kann sich selber spleißen. Also hat sie enzymatische Aktivität. Und es ist typisch, dass die Self-Splicing, 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 RNA nicht Proteinkodierend ist. Grundsätzlich erinnert dies, dieser Prozess an die sogenannte RNA-Welt-Hypothese, dass ganz im Ursprung, am Anfang des Lebens, eben noch keine, als noch keine Zellen vorhanden waren, RNA-bioaktive Moleküle waren, die in der Lage sind, waren eben Prozesse zu katalysieren über diesen Mechanismus. Im Gegensatz dazu haben wir das Spleißosom. Das ist eine Struktur, die wir finden in eukaryotischen Zellkernen, auch anderswo, aber typisch im eukaryotischen Zellkern. Und diese besteht aus SNRNPs und noch weiteren Faktoren, auf die wir nicht im Einzelnen hier eingehen werden. Die SNRNPs steht für Small Nuclear Ribonuclein Particles. Und diese bestehen dann wiederum aus Proteinen, also diese Faktoren sind Proteine, klar, und die, und auch die SNRNPs, und diese bestehen dann wiederum aus SNRNA, und hier haben wir unsere erste Nicht-RNA, die wir betrachten. Das steht für Small Nuclear RNA. Und diese kann man noch weiter aufspalten in weitere Untereinheiten, die dann nachher am Spleißen beteiligt sind. Jetzt haben wir kurz einen Überblick gegeben über die beiden Prozesse, die wir hier betrachten. Es gibt noch mehr Spleißprozesse und grundsätzlich läuft das Self-Spleißen und das Spleißen mithilfe des Spleißosoms ähnlich. Daher werde ich nicht jetzt auf Unterschiede dort eingehen. Beim Spleißen haben wir die sogenannte GUAG-Regel. Das heißt, wir haben ein Spleißdonor und ein Spleißakzeptor, ein GU am 5-Strich-Ende und ein AG-Ende am 3-Strich-Ende. Die Information für das Spleißen liegt auf dem Intron. Das ganze Rote hier ist das Intron. Das wollen wir ausschneiden. Ungefähr 20 bis 40 Nukleotide haben wir hier eine markante Adenosin-Stelle. Hier sehen wir die Relevanz, diese Adenosin-Stelle sehen wir gleich und dazwischen haben wir eine Pyramidin-reiche Sequenz. Kurz einmal angezeichnet, hier die Phosphat-Verbindung zwischen dem 3-Strich-Ende des Exons, das Blau hier ist das Exon, und dem Roten hier, und dem 5-Strich-Ende des Introns. Genauso hier, bloß eben andersrum, zwischen Intron und Exon. Exon. Jetzt sollte man wissen, auf jeden Fall vorher, was eine Ester-Verbindung ist, denn es geht jetzt hier darum, dass wir eine Umesterung haben. Diese Hydroxylgruppe des Adenosins, die freie Hydroxylgruppe des Adenosins, am 2-Strich-C-Atom, und hier ist wieder das Wissen über die DNA-Bausteine, unglaublich wichtig. Die Hydroxylgruppe des 2-Strich-C-Atoms greift nukleophil die Phosphat-Gruppe hier an. Das heißt, diese Phosphat-Gruppe von hier wandert dann, also sie wandert nicht im Prinzip, diese wird dann verbunden mit diesem Adenosin, das heißt, sie wird einfach ausgetauscht. Dementsprechend haben wir hier dann natürlich wieder eine Hydroxylgruppe. Diese freie Hydroxylgruppe greift jetzt an diese Phosphat-Gruppe an. Und darüber wird dann das Exon verbunden und wie man hier schlecht bei mir sieht, ist das ein Umesterungsprozess. Und das Ganze nennt man dann Lariat-Struktur, ich glaube, das ist französisch und steht für Lasso, das ist eben diese Lasso-Struktur und die wird dann später abgebaut. Also noch einmal kurz zum Mitschreiben. Wir haben hier unsere Struktur, der GUAG-Regel. Wir haben einen nukleophilen Angriff der freien Hydroxylgruppe des Adenosins an die Phosphat-Gruppe zwischen Intron und Exon. Und dann haben wir einen nukleophilen Angriff auf die Phosphat-Gruppe zwischen Intron und Exon am 3-5-Ende. Zum Schluss gucken wir uns noch die Polyadeninierung an, auch wirklich ganz grob. Diese kann man auch sich wesentlich mehr im Detail ansehen. Hier einmal, angenommen, das hier wäre unsere gesamte mRNA und hier ist noch irgendwie ein Adenosin umgekippt. Egal. Die Poly-A-Polymerase bindet an das Ende unserer RNA beziehungsweise mRNA. Es kommen noch weitere Faktoren hinzu, die jetzt auch hier im Einzelnen für uns jetzt hier nicht die Rolle spielen sollen, aber unglaublich wichtig sind. Und es wird ein Poly-A-Schwanz angefügt, der wiederum auch die Aufgabe hat, als Signal zu dienen, dass die mRNA nicht abgebaut wird beziehungsweise auch weitere Signalfunktionen hat. So viel dann auch ganz grob nur zur Polyadeninierung. Details kann sich jeder dann selber noch rein vertiefen.